Per Sprachbefehl ein Video aufnehmen oder sich den Wetterbericht im Display anzeigen lassen. Google Glass, in diesem Werbevideo ein cooles Gadget für Technik-Nerds. Doch die Computerbrille birgt Diskussionszündstoff. Datenschützer kritisieren, wie soll sichergestellt werden, dass die Privatsphäre der Menschen im Umfeld geschützt bleibt. In einer Situation, in der man auch keine normale Kamera mitbringt, in der sollte man auch Google Glass nicht tragen dürfen. Die Menschen um einen herum werden sich sonst wundern, was passiert hier, zeichnet er ein Video auf. Das Umfeld wird sich dadurch unbehaglich fühlen. Heimliche Überwachung sogar auf der Toilette. Mit einem Augenzwinkern möchte die US-amerikanische Website Mashable in diesem Video auf die Probleme der Datenbrille aufmerksam machen. Unaufmerksamkeit im persönlichen Gespräch. Besserwisserei. Millard Fillmore, the Louisiana Purchase, the Kentucky Derby, Brussels Sprouts. Google selbst hat sich bislang noch nicht zu dieser Kritik geäußert. Bereits nächstes Jahr soll das erste Modell der Google Glasses auf den Markt kommen.